Hallo, hallo, hallo. Weiter geht's mit dem Shakes and Fidget Tagebuch von Server 29. Der Lucky Lars meldet sich zurück zum Dienst und wir haben etwas erreicht. Und zwar möchte ich mich hiermit nochmal ganz, 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 ganz toll oder doll bei allen, 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 allen Leuten, die mitgeholfen haben, mein Sammelalbum zu pushen im Livestream am Freitag, den 13.09.2013. Dankeschön, ihr seid die Besten, ich mag euch, ich liebe euch, ich möchte von euch ein Kind und ich möchte euch gerne beglücken, denn ihr seid wunderbar. Oh, ja, Dankeschön, Leute. Oh, ja, zieht euch aus. Nein, Dankeschön, 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 das war richtig genial, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Man merkt das vielleicht an meiner Stimme, ich nehme das gerade auf nach dem Livestream und ich bin fertig. Ich bin fertig mit der Welt, viereinhalb Stunden oder so gestreamt, aber scheißegal, ich meine den Partner auch für morgen, ist mir Wurst, Schnuppel, scheißegal. Wie viel haben wir denn geschafft im Livestream? Wir haben jetzt 79,12% Sammelalbum und wir sind Rang 12, die Alu ist fertig. Ich greife einfach mal den hier an, leider verloren, schade, Rang 17 ist auch okay. Top 20, Leute, richtig genial, richtig geile Waffe, so viel Sammelalbum, ich habe ein paar Pilze aufgeladen und auch sehr viele rausgehauen, fast die Hälfte wieder rausgehauen für das Sammelalbum, ist egal, fast 80%, wie genial ist das denn bitte? Ihr seid einfach nur großartig, großartig. Wir sind noch keine Stufe 50, das bedeutet im Waffen- und Zauberladen sieht man schon, hier sieht man, es ist kein Epic-Event, erst ab Stufe 50, weil normalerweise wäre Epic-Event, denn es ist schon nach 0 Uhr. Sowas habe ich vor, ich will noch ein bisschen, ich will noch ein paar Dungeons machen, ich glaube wir können ein paar legen. Legen können wir sie oder umbringen, umtöten, umzerfetzen, wie auch immer. Wir haben hier die Rotlicht-Sukubus, den Grimmigen Wolf und den Piraten, ich glaube, der Pirat müsste als nächstes dran sein, der alte Arschloch. Aber der Arschloch will nicht, was ist denn der, 58 oder was war der? Hier haben wir 60, das ist natürlich ziemlich krass und hier haben wir Stufe 56, die könnte als nächstes fallen. Natürlich sind die alle ziemlich krass, hier vorne in Stats müsste sie eigentlich fallen. Mein Trank des ewigen Lebens sollte noch laufen und warum fällt die denn jetzt nicht? Meine junge Dame, könnten Sie dann bitte fallen, Sie leicht, ja natürlich, 3.900 HP ist okay. Okay, das war Dungeon Nummer 24, den verkaufen wir natürlich sofort. Bekommen ein bisschen Gold, was sind noch ein bisschen Skillen. So. Und dann müsste als nächstes der Pirat, der Pirat, hallo der Pirat, könnte nicht fallen, Stufe 58 ist der Kollege. Wenn wir den noch Daumen bekommen, dann wäre es ziemlich akzeptabel, das ist übrigens ein Geschickgegner. Jawohl, wunderbar. Stufe 48, sehr schön. Wieder ein paar Gold bekommen, wir hauen das gleich wieder auf den Kopf. Sehr schön, alles wegskillen, scheißegal, Mann. Und dann müsste als nächstes wirklich der Wolf drin sein, aber der Wolf, oh, pfff, der Wolf. Was war denn da los? Fast hätte ich sie besiegt. Das war, oh, der ist drin. Der ist drin. Der ist drin. Kundi, hallo, Kundi, OP. Natürlich, Kundi mal wieder. Er reißt die Scheiße wieder. Nächste Gegner's down, sehr schön. Wieder ein bisschen skillen. So, sehr schön. Und dann, wer kommt denn dann? Der Dämon ist Stufe, ja, 66. Richtig krass. Ähm, 66, der Kollege ist hier 62 und hier haben wir einen bösen Banditen, hatten wir schon. Ah, ist der gleich, okay. Der ist 64, wow. Aber erst muss der 62er kommen, aber ich glaube kaum, dass wir jetzt noch einen 62er Daumen bekommen. Obwohl das ein Stärkegegner ist. Wir könnten sehr viel ausweichen, aber er hat halt über tausend... Hallo, mein junger Herr. Dann fällt er halt auf. Nr. 27. Ähm, habe ich gerade so viel Glück oder ist es einfach nur der Kundi? Ich glaube, es ist der Kundi einfach nur. Also ich muss ehrlich sein, ich habe noch nie einen Kundi zum Start wirklich gespielt. Mein Server, also mit 300 Alu, richtig. Mein Server 22 Kundi habe ich ja erst später mit losgerockt. Aber ich verbrauche gerade viel zu viele Pilze eigentlich. Aber ob das jetzt auch noch fällt, das wäre richtig nice. Das wäre natürlich ein... Hallo, Stufe 49. Wir gucken mal eben auf die Ehrenhalle. Was sind wir denn hier jetzt? Fast Stufe 50. 49, wir sind gut dabei. Ja gut, der Höchst des 65 hat auch ein bisschen mehr Sammelalbum, aber wir haben jetzt auch 80% fast. Der Kollege hat schon 88, aber ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? So wie gesagt, ein paar Dungeons umgeklatscht. 1200 Gold schon wieder. Die sollte ich auf jeden Fall spenden in die Gilde. Gold. Badabumm. 1265 Gold gespendet, 225 Pilze noch. Ist nicht ganz so viel, aber ist noch akzeptabel. Ich würde sagen, ich hole dann die Stadtfahrer rein, denn ich werde heute eigentlich nichts mehr machen. Bis 10.12 Uhr ist okay. Und wir können auch mal in die Post schauen, da wurde halt sehr viel gesendet wegen Livestream und so weiter. Aber ich muss sagen, ich muss aufstoßen. Nein, ich muss sagen, es läuft ziemlich gut. Und wenn es so weiter geht, werde ich vielleicht durchgehend oder weiterhin hier 300 Alu spielen. Ich bin noch wirklich unstrittig, ob ich das weiter durchführen soll, denn zur Zeit haue ich viel zu viele Pilze raus. Was einfach nur unglaublich viel Spaß macht als Kundi. Ich muss sagen, Kundi zum Anfang rockt die Scheiße einfach weg. Kundi so fucking gut. Meine Fresse. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt mit meinem 80% Sammelalbum und jetzt ganz normal meine 300 Alu weitermache, wie weit ich dann komme nach oben. Ich meine, jetzt schon Top 20. Ob ich dann die Top 10, Top 5 ankratze. Ich habe eine geile Gilde. Es geht auch ohne. Ziemlich genial dabei. Mit die best ausgebaute Gilde und so weiter. Ich glaube, da wird auf jeden Fall auf Server 29 noch was kommen. Seid gespannt auf jeden Fall, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich denke mal, morgen habe ich weitere Informationen für euch, wie es weiterhin abgeht auf Server 29. Diesmal nur ein kleiner, kurzer Part. Aber wir haben uns unglaublich genial amüsiert, oder nicht? Mit unglaublich genialen Dungeons und natürlich mit diesem unglaublich genialen Sammelalbum. Nochmal Dankeschön an alle, die mir dabei geholfen haben. Ihr seid die Besten. Vielen Dank. Und ich würde mal sagen, noch ein schönes Wochenende, wenn ihr das Video am Wochenende schaut. Beziehungsweise gerade das wieder ein Start von irgendeinem Wochenende ist, wie auch immer. Vielleicht in der Zukunft irgendwann. Und natürlich denkt daran, wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es, kommentiert es und leitet es weiter. Denn das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen auf YouTube. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen dann wieder beim nächsten Shakes and Fidget Server 29 Tagebuch. Bis dahin und ciao, ciao. Nice. Tschüss.